So und weiter geht's bei Let's Play Minecraft Und ja, das dachte Wir schauen jetzt mal wieder richtig Form an Autsch Ähm, Türen gibt's noch keine Wir müssen jetzt hier nicht alles einsammeln Außen war glaube ich auch noch was Genau So, wir brauchen jetzt wieder Holz Ich glaube wir haben keins mehr, oder? Ich glaube nur mal Ach, da holen wir jetzt einfach Spiel 1 Wir haben jetzt überhaupt nicht lange in der Hand Ja, jetzt können wir auch diesen Gravil hier schnell mal abbauen Den wir jetzt haben Oder letztens gefunden haben Bauen wir jetzt schnell ab Oh, jetzt ist die Musik schon Jetzt ist die Musik zu leise So Schauen, g? Es ist zu laut Ich glaube das war jetzt im letzten Part auch So zu laut Ja, wie gesagt, ich hab Minecraft doch mal mal aufgesetzt und deswegen War das so und ich hab auch gar nicht geschaut jetzt Ob alles passt Boah, Gravil ist hier viel Oder Gravil heißt ja eigentlich Oder Kies Aber Krank hat Gravil durchgesetzt Kaum von krank Boah, da ist richtig viel Da ist eine Menge Dann haben wir jetzt auch noch ein bisschen Eisen hier raus Müsste Eisen sein, oder? Wie gesagt immer noch Wie der Pure BD Kraft-Texter-Pack Kommt vielleicht bald mal Was ich hier auch mal hernehmen will Ist das Schein in der Kraft-Texter-Pack Es sind ja Einige Äh, hoch Also Äh Eigene Kreationen für diesen Text-Texter-Pack Das eigene Eigene Texturen Plus ähm Mieser Texturen Und meine Kraft-Texter-Pack So wie ein Apfel Ich wohne doch Erde So, ich glaube es wird wieder Nacht Aber Ich brauche jetzt noch ein bisschen Holz Lol Jetzt bin ich hier raus Das gibt's doch nicht zu Guck mal Da bin ich aber nicht reingefahren Ich brauche jetzt noch ein bisschen Holz Ich hoffe der Sound passt jetzt Ich hoffe es So Den will ich nicht nehmen Müssen wir da wirklich dahinter jetzt Nur für Minecraft hängen sie jetzt nicht auf weil Es hat vorher ein Java-Update gegeben Und Sonst Es lief halt immer Es stürzt bei manchen Beim Aufnehmen manchmal ab Bei mir Wenn ich länger aufgenommen habe Deswegen nehme ich auch immer mit 10 Minuten auf Deswegen nehme ich auch immer mit 10 Minuten auf Da ich das nicht rischiere So weiter Ne ähm Ne ähm Ne ähm Ne ähm Ne ähm Ne ähm Das da Irgendwie höre ich nichts Naja Ich höre nichts So Hallo Nein Es ist Ich glaube eben Deswegen impressions Auch D Hör Nagle Jetzt den noch und dann müssten wir es eigentlich haben. Ne, haben wir noch nicht. Aber noch dem doch. Ja. So, und wo ist jetzt unser Haus? Da hinten. Können wir hier eigentlich mal ein paar Fakten setzen. So, an der Küste entlang. So, und so. So, und jetzt da nochmal rauf. Komm. Ich will es doch mal fertig kriegen. Genau, und wie kommen wir jetzt rauf? Au. Komm ich so rauf? Ja. Genau, das ist dann natürlich auch falsch. Genau, ich bin so ein Idiot. So, was ich jetzt heute erst mal in Treppenstufen umwandeln. Jetzt geht's hier rauf und dann setzen wir hier ein bisschen Erde hin und was Steine. So, das passt jetzt. So, das passt jetzt. Jetzt gehe ich extra draußen rum. So, das passt jetzt auch. Genau. Genau. So, und dann müssen wir hier weitermachen. Und zwar so, oder? Genau. Und hier dann... So. Hier dann ganz normal. Das ist dann wieder weg. fail. 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 So, genau. So, und zwar so, und so. So, ich glaube jetzt, das könnte was werden mit dem Dach. Bin ich sogar zuversichtlich, dass das was wird. So, und so, und genau, dann kommt das wieder weg. So. Dann kommt das wieder weg. Boah, mir ist gerade ein Vogel in die Scheibe geflogen. Krank. Kranker Scheiß. So, und dann so. Genau, das sieht doch jetzt richtig aus. Genau, natürlich müsste dann eigentlich... Ja, das war schon klar, dass das nicht geht. So, und dann... So, und dann... Komm, was mache ich denn? Ich wollte den nicht dann hin. So, dann so, 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 so. Da drüben müsste es ja dann eigentlich auch noch gemacht werden, oder? Ja. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn ich sage, bis zum nächsten Mal. Äh, keller Party.